Hallo zusammen, heute stelle ich Ihnen eine Wallbox aus dem Hause SolarEdge vor, den SolarEdge EV Charger. Der EV Charger ergänzt das breite Portfolio von SolarEdge ideal. Mit Speicherlösungen, Wechselrichtern, Optimierern und eben nur noch Ladelösungen bleiben keine Windschirme offen. Damit können Sie Ihren Kundinnen und Kunden ein nahezu vollständiges PV-Ökosystem aus dem Hause SolarEdge anbieten. Sie haben also nur einen Garantiegeber. Doch was zeichnet die Wallbox aus? Zuallererst möchte ich erwähnen, dass SolarEdge auf die bewährte Hardware des österreichischen Wallbox-Spezialisten KEBA zurückgreift. Sie können also mit spitzen Qualität in ansprechendem Design rechnen. Die Installation der Wallbox ist ziemlich einfach und es werden sowohl ein- als auch dreiphasige Anschlüsse unterstützt. SolarEdge setzt auf einen klassischen Typ-2-Stecker, der an jedes moderne E-Auto in Europa passt. Mitgeliefert wird dieser in einem zuverlässigen und langlebigen 6 Meter Ladekabel. Soviel zum Äußeren der Wallbox. Doch was bringt der EV Charger an Leistung? Im dreiphasigen Betrieb haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug mit 32 Ampere, also 22 kW zu laden. Möglich ist auch das PV-Überschussladen, mit dem der vom Dach erzeugte Solarstrom optimal genutzt wird und direkt ins Auto fließt. Um den EV Charger für die verschiedensten Situationen zu wappnen, verfügt die Wallbox optional über einen RFID-Reader und einen MID-Zähler, mit dem Sie Ihre Ladesessions ganz einfach starten, unterschiedlichen Personen zuordnen und präzise abrechnen können. Als letztes möchte ich noch auf die MySolarEdge hinweisen. Mit ihr können Sie alle Ladevorgänge intelligent planen, steuern und überwachen. Mit dem EV Charger haben Sie also die perfekte Möglichkeit, E-Mobilität in ein PV-Gesamtsystem zu integrieren und so Ihre Kundinnen und Kunden zu überzeugen. Ich bin auf alle Fälle überzeugt und lasse die Wallbox jetzt von unserem Montageteam installieren, damit unsere Mitarbeitenden ihre Elektroautos mit Solarstrom laden können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem EV Charger.